So, mal schauen, die IP-Adresse war da, 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 so, und wenn ich jetzt suche, dann müsste ich doch, ja, okay, also, Rolli kenne ich, Lutschkiese kenne ich, Kelderkind kenne ich, Wiener Schnitze kenne ich, Rollkiese kenne ich, Moment, was, 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 Moment, Q, Q, oh Mann, der muss neu sein, den hat er sich neu gemacht, Was? 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 Nein, das, was, nein, ah, Diamond 4? Und er spielt 80 Carries? Oh Mann, nein, verdammt, was mach ich denn jetzt? Hm, ich, ich hab ja noch, ich hab ja noch die Allianz, die kann mir helfen. Ähm, der Sinucorporus, der ist doch gut, der ist doch, der ist, der ist doch ein Pro, oder? Was? Stufe, ah, nein, der spielt ja gar kein LOL, hatte ich ja schon vergessen. Mist. Und der Roman ist ja auch in der Allianz. Verdammt. Aber, mal im Ernst, wir haben jetzt eine Website, eine gemeinsame, von der Allianz. Checkt's mal aus, ist voll cool, voll cool, hier, zeig's euch. Hier, da. Krass, oder? Äh, könnt ihr euch so Informationen reinziehen über uns und könnt den, den Sinu mal kennenlernen, falls ihr den noch nicht kennt, ne? Es ist voll der krasse Typ, du. Und, jo, also, wenn, wenn ihr eine Meinung habt, ne, dann, dann hatet die, äh, ich meine, schreibt die mal in die Kommentare, ne? Würde mich voll interessieren, fände ich voll krass. Auf der Website findet ihr so all unsere aktuellen Projekte und so Stuff, ne, Infos und Ankündigungen und so ein paar Highlights haben wir auch rausgesucht, ne? Extra für euch, haben wir uns die Mühe gemacht und, ne, voll, voll, voll krass, voll aufwendig hier, ne? Checkt's aus. Checkt's aus. Link in der Beschreibung. Perfekt. Jetzt denkt er, ich hätte aufgegeben. Als ob ich ihm gleich zum Anfang des Monats meinen Plan verraten würde.